Hey Leute und willkommen zu Halloween in Call of Duty. Ja, so wie letztes Jahr, vor ca. 364 Tagen habe ich schon ein Video aufgenommen gehabt, es gibt wieder Geister diesmal statt Zombies in Warson, das gucken wir uns heute gemeinsam an und in einem anderen Video, vielleicht schon morgen, übermorgen, mal gucken, gehen wir auch noch rein in Cold War, denn ich und Eberdor, moin, moin, haben ja zum Glück beide Spiele, das heißt wir können in Warson, was also kostenlos ist, das neue Eventspiel mit den Geistern, ich habe jetzt schon Schiss, das Kistenaufmachen beim letzten Jahr, hat mir gefühlt, drei Herzinfarkte beschert nämlich, aber wie gesagt, wie gesagt, da hatten wir Zombies, diesmal sind das Geister, also sie haben sich immer das Neue so legt, finde ich geil, macht nicht jedes Spiel, Overwatch, und, gemein, ne, das ist realistisch, so, und dann, also zu Overwatch gibt es dieses Jahr kein Video, dann, ähm, gehen wir nächstes Mal in Cold War rein, da gibt es noch nicht die Nuketown Map, die sieht Halloween-mäßig aus, sieht geil aus, da gibt es auch irgendwie mit Zombies ein bisschen was, und es gibt eine neue Waffe freizuschalten, wenn man die ganzen Halloween-Herausforderungen freischaltet, finde ich eine lustige Sache, einfach eine neue MP durch die Halloween-Events, also ja, wir gehen es mal gucken in Warson, sehen uns gleich ingame, los geht, so Leute, hier ist kurz das Event ingame, es spukt, oh, wie groß er legt, jetzt rede ich noch, und dann scheiß ich mich bei der ersten Kiste, scheiß Gnie, ähm, du kannst entweder den Warson das Ganze machen und die damit die Waffe freischalten, oder machst du das Ganze im Black, auf so natürlich verschiedene Missionen, finde ich eine geile Sache, und es gibt auch verschiedene Dinge freizuschalten, also es lohnt sich schon, allein schon beim ersten sieht man, gibt es eine, einen, ähm, Skin für eine Waffe, und dann in Warson eine Skin für eine andere Waffe, für eine Sniper hier zum Beispiel, also ja, wenn, dann sollte man schon gleich beides hart durchzocken, aber wenn man nur Warson hat, weil es ja kostenlos ist, dann spielt halt nur Warson, aber ich bin gespannt, was wir davon abschließen, was wir sollen erreichen, ich hätte auf jeden Fall gerne eine neue Waffe, natürlich, oder, mhm, und, ja, okay, wir gehen ins Spiel rein, wir sehen uns gleich wieder, los geht's! Leute, Horrorwarnung, Geister von Badans ist gruselig, bietet Blitzeffekte, also für alle Epileptiker, ne, aufpassen, laute Geräusche und Schockmomente, trotzdem Vorfahren, nein, haha, abbrechen, ich geh raus, nee, Spaß, wir gehen da rein, ich hab Schieß, aber, ich wollte es euch kurz zeigen, so, wir sammeln, erzählen von den Lehmert, um wieder einzusteigen, okay, alles klar, Angst kontrollieren, schalten sie andere Spieler aus, okay, Versteck dich ruhig hier, denn bald beginnt der Spaß, Was? Hat er mit dir geredet? Ja, versteck dich ruhig hier, bald beginnt der Spaß, oh Gott, Ich hab das Spiel jetzt ein bisschen lauter gemacht, aber nicht zu laut, ich hoffe nämlich, dass ihr das sonst, also, ich hoffe, jetzt hört ihr noch, Eberdor, ja, das hoffe ich auch, aber es ist schon mal gruselige Nacht, und dass ein Typ in mir redet, fühle ich auch schon mal gar nicht, ich bin, wiederhole, nicht bereit, sind wir irgendwo sicher, Eberdor, wo gehen wir hin, da? Ja, keine Ahnung, da können wir auch, da, wir haben uns geeinigt, okay, wir haben einen random dabei, just for info, ein random ist dabei, ich hab echt Schieß, ne, ich ruhig in die Sicherheitszone, wenn du glaubst, dass du da sicher bist, das hätte da jeder einsprechen können, den ganzen Pops hätte ich mich genauso angeschissen, oh ja, das wäre perfekt gewesen, ich hab Angst, ich sag's euch ehrlich, ich hab Schieß, das kannst du erst mal schnell sterben, ne, weil am Anfang, ne, Spieler, ihr wisst Bescheid, ne, ist mir aber auch egal, weil dann spielen wir als Geist weiter und kämpfen uns wieder rein, aber das hier, also diese Zone, da müssen wir rein, damit unsere Angst nicht so, ne? Ja, richtig, unten ist eine Anzeige, Oma, ich hab einen Typen grad geschickt, ich bin am Kopfschuss, Leute, ich glaub, ihr habt's gesehen, Oh, der ist richtig so weggekloppt, ja, aber jetzt ist er als Geist in der Nähe, wahrscheinlich, ne? Ich denk wieder, oh, Geist, ich war fleißig. Was? Was war das? Was? Was? Ich hab Halluzinationen, Spinnen! Äh? Was? Nein, bitte nicht! Äh. Äh, was war das? Hä? Ich hab Blutlegs grad. Was war das denn? Ja, die, ich, das hatten ja auch eben. Oh. Und ich bin hier lieber. Oder doch nicht. Irgendwann sehen wir sowieso keinen. Oh. Oh. Ich hab's aber an. Scheiße. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ah. Ah. Ich hatte einen riesen Totenkopf vor mir, ich hab nix weggesehen. Du hast das Zeug. Oh, Mann. Ich weiß nicht, ob die Ruckler zwischen herkommt, aber beleid, Leute. Ich weiß echt nicht, was das ist. Aber wenn man in die Blutspur kommt. Aber guck mal, das hier sind die Stile, oder? Ja. Ja. Das sind die Seelen. Eins, zwei, drei Seelen, und ich lebe schon wieder. Fertig. Oh, super. Okay. Ich hab wohl noch eine Chance, dich zu töten. Aber diese, diese, diese Bilder waren gerade echt nicht schlecht. Wenn es sich vorgerunkelt hätte, hätte ich mich vielleicht erschreckt. Und die Waffe war so ungenau. Ja, also ich und Eberdorfer nur als kurze Sinn. Entschuldigung, als Ausrede. Ich bin eigentlich ganz gut, nur Black Ops und kein Modern Warfare. Also kein Warfare. Wie lange glaubst du hier? Weiter, ne? Äh, ich hab mal vergissen Anfang. Kommt der Geist? Ja. Okay. Wir haben Geist gekillt. Das geht nicht komisch an, ne? Das ist ein bisschen. Da kann. Geladene Sprung, Teleport, Spektralschlag. R1-B3. Geladene Sprung. Ah! Der war da. Okay. Erste Runde, der wird testen noch ein bisschen ran. Geist. Geist. Ganz während du springst, teleportieren auch. Ey, das ist so krass mit dem Movement. Aber L1. Ah, das. Boah, das ist echt nice das Movement. Das ist sogar noch besser, weil du es nicht herfliegen kannst. Ein bisschen. Ähm. Wie? Ich geh ran. Hallo? Wir sehen uns schon bald. Nein, bitte nicht. Wenn du davor stehst, also so richtig davor, erinnert dich das an was? Nein. An. Genau. Okay. Gar nichts. Ich weiß nicht, was er meint, Leute. Ja, mir auch nicht, also passt. Ja, überhaupt keine Ahnung, was er meint. Überhaupt keine Ahnung, was er meint. Überhaupt. Wo? Oh, ich werde geschossen. Wo? Oh mein Gott. Da hinten. Ja. Er ist tot. Sehr schön. Team, hast du mir gedacht, glaube ich? Aber wenn du mich ins denn tut. Da komm, Geisel, komm, Geisel, komm, Geisel, komm, Geisel, komm, Geisel. Wer stirbt? Oh mein Gott. Nee. Er erwartet. Geh weg. Ah. Ich habe nichts gesehen, das war das ganze Bild voll mit Totenkopf. Was meinst du, warum ich diese Maske trage? Warum trägst du die Maske? Weil hier Stroh liegt. Wartensinn. Wir haben gelöscht, das Geist. Yeah. Ja, Seele Nummer 1. Jetzt wird es etwas enger und blutiger. Jetzt wird es etwas enger und blutiger. Der Typ ist crazy, ich mag ihn. Deiner würde ihn lieben. Das ist wirklich ein bisschen. Oh Gott, ich bin bald voll, ne? Es gibt keinen Bereich mehr, wo man... Toll, aber am Ende hat man garantierte Halluzinationen? Das kann ja nicht alles versprechen. Da ist keine Safe-Sonde. Da ist keine Ausrüstung. Ich bin unter Beschuss. Ich werde doch nochmal weg. Ich bin unter dem Geist verreckt. Ich bin im Geist verreckt. Scheiße. Scheiße. Ich bin im Geist verreckt. Nein. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, Geist. Steh auf. Deine Freunde werden zufrieden. Oh Menno, der Geist hat mich gequillt. Äh, was? Ja. Oh, ist es vorbei? Nein, Dritter. Ey, Dritter war nicht schlecht. Dritter war nicht schlecht, ja. Aber ganz knapp, war ein Vorbeigeschlittert. Leute, ich habe mich entschieden, wir hängen noch eine dritte Runde dran, falls ihr das seht. Aber guckt mal, wir haben jetzt schon einiges abgeschlossen. Wir haben drei Sachen abgeschlossen. Einfach so bei zwei Runden spielen. Einmal Dritter, einmal weiß ich nicht mehr. Also, wir haben nur ein bisschen gespielt und das ist unten echt schon ein guter Fortschritt, Everton. Das läuft, das läuft. Ja, auf jeden Fall. Das geht gut nebenbei. Ja, das könnt ihr echt gut machen. Einfach zocken, Leute. Erstmal nicht auf die Sachen achten, einfach mal zocken. Mach dich bereit. Irgendjemand stirbt immer in der Eröffnungsszene. Mach dich bereit. Irgendwer stirbt immer in der Eröffnungsszene. Ich mag die Sprüche, Leute. Ich fühle den Typen so hart. Schreibt mal, ob ich den in den Kommentaren meine dazu. Ich finde den so genial. Hier, die Kiste. Wo? Kau. Nein! 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 Ist das passiert? Nein. Du hättest es gehört. Ey, ich schreck mich immer so. Ich hoffe, dass sie es nicht mehr drehen. Vielleicht haben sie es sogar ausgenommen. Das Gas kommt nicht. Oh, komm, das vergisst man halt auch irgendwann. Es ist noch da, immer da. Es ist noch da. Und es ist noch genau so laut. Ach du Scheiße. Okay, jetzt kann ich es ja sagen. Ich wusste, dass die noch da sind. Ach so. Habt ihr es gesehen, Leute? Alter. Sorry, falls es laut war. Das ist nur eine Illusion. Wo sind wir? Wir haben jetzt... Leute, wir rennen hier die ganze Zeit rum. Es sind keine Spieler. Wir hören ja nicht mal was. Ich fahr. Ich fahr mit. Ich fahr mit. Ich fahr mit. Ich bin dabei. Der hoopt hier rum, Bro. Der Töber kennt keine Angst. Äh, brauchen wir... Äh, nein! Ich fahre. Ich fahr. Ich hatte gerade ein riesiges Totenkopf im Gesicht. Ja, so. Ja, hab ich. Hab auch gehört. Wenn du auflegst, schlitzt er mich auf wie einen Fisch. Was? Er hat gesagt, wenn ich auflege, schlitzt er mich auf wie einen Fisch und hat selbst aufgelegt. Werde ich jetzt aufgeschlitzt, ich weiß nicht. Lass mich überraschen. Also, Snipe am Dach. Alles klar. Hat ein, hat ein, ähm... Ein Geist ist rübergeschrungen. Respekt, ähm... Hit bekommen von mir. Ah! Ah, mir hat geruckelt. Ich seh nichts. Geh weg da. Geh weg, die Totenkopf. Ich seh nichts. Ich hab nichts gesehen. Dieser Scheiß drunter kam. Ah, Geist! Oh? Noch ein Geist! Nein! Nein, ich muss nachleihen! Hab ich... Geh da ein Heber auch? Ich hab dich, ich hab dich! Danke. Aber unser... Ich hab mich erschreckt von unserem Geist. Oh mein Gott! Ich wollte die Kiste aufmachen, hab's gelassen. Wir müssen weiter, leider. Scheiße, ja. Den Marsch. Deine Freunde werden zu Geistern. Ich komme nach hinten. Wir sind nichts mehr, es ist ja wieder ein Bildschirm voll. Ich hab meine Seele nicht beschlammert, glaube ich. Oh Gott! Oh Gott, es geht hier ab! Boah, sohn ist echt krass, diese Sehle. Oh Gott, ich hab's gelassen. Ja, diesmal haben sie sich echt was einfallen. Ja, schon geil, schon geil. Was? Ich höre mal Disconnect, was? Aua! Ist klar, ich brauche auch noch eine Seele. Abgeißen. Äh, okay. Nein, schon reicht's aber. Hab ihn! Hab ihn! Hast du den Todtruck? Ja, ja, ja. Komm, komm mal auf, Gott. Ist zurück. Wäre doch schade, ihn gleich wieder zu verlieren. Gott, hörst du. Ah! Nein! Okay. Er lässt mich fliegen? Nee. Ich hab den Fass. Das ist so ein Scheiß. Ich hab jetzt nicht gerechnet mit dem Spieler da drin. Du hast das Zeug. Ich hab nicht mehr Spieler gerechnet. Schlag aus dem Grab zu. Oh mein Gott. Ah, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist schon so ein bisschen so in der Zone rumlaufen, ne? So hinter den Leuten her schleichen. Lauf doch zur nächsten Sicherheitszone. Ist schon ne Haschensicherheitszone. Naja, es hat was. Ich warte da auf dich. Ich hab ihn von hinten. Sehr schön. Oh, sah das geil aus. Ich hab ihn sogar vollstreckt mit dem Geist. Das geht. Du erhältst dein Ausdruck. Ich hatte den Geister vollstreckt, Leute. Wie geil. Das ist cool. Ich hab mir jetzt auch einen hingerichtet. Sehr schön. Ich habe zwei Seelen. Ich lebe wieder. Dein Freund ist von den Toten zurück. Ich gleich auch. Bin wieder da. Oh, da hab er. Unsere eigenen Seelen hab ich vergessen. Die können wir einsamen. Mein Gott, wo landen wir? Du bist da. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Hier haben wir ein bisschen Deckung noch. mehr weglaufen. Ein bisschen rucklaufen, Leute. Es tut mir leid. In der Aufnahme. Geist! Was? Nein! Nein weg! Nein! Ich krieg ihn nicht beim Ruckeln. Alle um dich herum sterben. Ah, he 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 he. Nur noch fünf übrig. Mal gucken, was passiert, wenn wir viele Mörder in einem immer kleiner Vergleich einschluft. Nein, ich versuchte dich irgendwie. Nein, nimm den Geist! Ah. Ah, schade. Ich bin auch wieder ein Geist. Alles gut. Alles gut. Nee, die kriegen, glaube ich, nicht genügend gekillt dafür. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten! Aber... Auch. Nein! Ah! Ich wollte die gerade noch löschen! Ah, schau! Ah! War, war, ist geil und mega lustig. Es macht echt Spaß. Es macht echt Spaß. Ich hab so schwitzige hier, Leute. Ich schwitz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin auch gespannt bei der Ausbildung. Haben wir random mit der Sache abgeschlossen? Ist es wirklich so einfach? Ich würde sagen, ja. Aber es macht echt mega Spaß, ey. Ja. Finde ich auch besser als mit den Zombies tatsächlich. Ja. Geister sind die noch cooler, ja. Und wir gucken mal. Abgeschlossen haben wir eins mehr, wenn ich es richtig sehe. Auch, ja. Tatsache. Eins mehr, das hier. Aber wir müssen auch insgesamt fünf mal spielen, sowieso. Ne? Und dann kannst du die Sachen echt nehmen bei abschließenden. Locker. Ja. Dreimal in die Top Ten. Guckt man ihm schon zweimal von drei Spielen. Easy. Zehnmal spielen als Feind, als Geist ausschalten. Geht auch. Ja, das geht alles locker, Leute. Das habt ihr easy schon durch. Neue Waffe und die neuen Sachen sind nice. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Hoffentlich spielt ihr es nachts. Ist nämlich viel besser. Ich grusel euch nicht zu sehr. Schau doch gerne rein dann bei Black Ops, wenn wir das nächste Video machen. Schau doch gerne rein ins letzte jährige Video, weil da haben wir mit Zombies gespielt. Ist halt schon was anderes. Also es lohnt sich das zweite Video auch zu sehen. Und ja. Wenn ihr es verpasst möchtet, gerne abonnieren. Ich gucke in möglichst vielen Spielen, die ich spiele und gespielt habe rein, ob ich da Halloween Events finde. Das hier ist geil. Wir gehen jetzt ins Black Ops. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Aui. Und ein riesen Dank natürlich auch an meine Top-Kanal-Mitglieder. Ohne die, die die ganzen Videos überhaupt gar nicht möglich wären. Scha Bruder Ultra Instinct. Black XJ. Wehrhase Super Saiyajin Blue. Und Wehrhase Red. Wehrhasection. Patrick S. Hakai Shin. Dennis V. LSSJ. Broly. Sascha N. Und Benjamin W. Herzlichen Dank. Willst du auch den Kanal supporten? Guck einfach in die Videobeschreibung.